Dann habe ich mal ganz locker gewandt Dann habe ich einen Schraub. Das war's für heute. Du sagst mir jetzt alles, was du über Riddler weißt. Riddler? Ja, kein Problem. Jo. Also ich muss jetzt hier erstmal alles drumherum ausschalten. Das ist Freeze. Wer macht irgendwas? Hast du einen Plan B? Wie kommen wir jetzt da rein? Gar nicht. Das werde ich Harley sagen. Was? Bist du taub? Quinn ist auf dem Weg hierher. Sie klang richtig sauer. Ich glaube, Joker geht es schlechter. Sie kommt her, um uns Feuer unterm Arsch zu machen. Und wenn sie fragt, wieso wir das Mittel für Joker noch nicht haben, zeig ich auf dich. Aber ich kann nichts dafür. Erzähle das nachher. Das ist ein Witz, oder? Sehe ich aus, als würde ich Witze machen? Ich lass mich nicht umlegen, nur weil du nicht mal einen Eiswürfel klein kriegst. Okay, halt sie hin. Ich krieg das Ding auf. Irgendwie. John, Harley ist auf dem Weg. Wir müssen da rein. Ich versuch's ja. Geh einfach nicht auf. Wenn Harley Quinn hier auftaucht, überlasse ich das Reden dir. Ich übernehme nicht Schuld dafür. Ich versuch's ja, Mann. Die Fledermaus. Wer hat so viel Angst vor mir? Nur zu, lauf, versteck dich! Wo du auch bist, Becker, ich werde dich finden. Nur zu, lauf, versteck dich! Was zum? Das ist noch nicht vorbei! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich werde dich finden! Kann die ohne K. Was? Wusste schon immer, dass du feige bist! Nö, die haben keine Waffe. Nur zu, lauf, versteck dich! Hä? Sag mir, was ich wissen will. Sonst werde ich dir wehtun. Bitte, tu mir nicht! Ich rede! Natürlich tust du das. Ich muss erstmal alle drumherum ausschrellen. Das ist einfach sicherer. Nicht, dass die mich dann über den Haufen ballern. Guck mal, wo die bald sind. Dass du das gucke in Dinchen ist... Also, die customers die paperwork nicht entlang willst. Wöhm? Wöhm! Au, Mann! Wöhm! Wöhm, also da etwas wie wir im determineshinein. Wöhm… Wöhm? Zu mir! Ich hab ihn! Peter! Kapu! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, jetzt gucken wir ob ich alle hab, wenn ich verkackt mal alle weiß. Er hat zu viel Angst vor mir. Trafst dich wohl nicht wie ein Mann zu kämpfen Batman. Na klar, jeder weiß. Du wirst hier sterben. Ich töte dich Batman. Mann. Ich lege dich um. Du sollst ihn abhauen Batman. Woah. Oh Bats, ich hätte gedacht, dass du länger durchhältst. So, wir haben alle drum herum ausgeschaltet. Gleich mal ein Fail beim Wasser gemacht. So, wir haben alle drum herum ausgeschaltet. So, dann haben wir mehrere Gegner. Wir müssen da rein. Ich mach einfach mal so ein paar Falle. Kann bestimmt nicht schlecht sein, das zu benutzen. Und beeil dich. Die Fledermaus. Die Fledermaus. Wir haben uns an. Bitte versteckt. Da Будet angst du garance auf. Wir haben das. Das ist praktisch. Dann bin ich bei jemandem an. Arkham City wird in Flammen aufgehen! Das wird sehr wehtun, Batman! So, war mal recht schnell fertig. War doch eine gute Idee mit einer Sprengfalle, die mit der Schildermaschine auszuschallen. Kein Problem, Schatzi! Schatzi... Ah... Falls von euch noch einer lebt, sofort zur Basis zurückkommen! Zur Basis... Ja, da steht schon... Wenn das vorbei ist... Beeindruckend, Batman! Ich hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Ich halte meine Versprechen, Victor. Das solltest du mittlerweile wissen. Die Formel ist vollständig. Der Verbindungsprozess war anscheinend erfolgreich. Wie fühlst du dich? Du siehst schlecht aus. Gib es mir. Ich fürchte, das geht leider nicht, Batman. Du kommandierst mich nicht mehr, Victor. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt für Verhandlungen. Ich denke schon. Der Clown hat meine Frau. Du wirst sie mir zurückbringen. Ich glaube nicht, dass du das tun willst, Freeze. Doch! Ich glaube, ich will. Entweder du bringst mir Nora... ...oder... ...du... ...stirbst. Du bist jetzt in meinem Reise. Oracle Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Was hast du hier, Stalin? Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Warte sie weiter. Du kannst dich nicht ewig verstehen, Batman. Was? Wie? Was? Wie? Was? Wie? Wie ich sehe, versuchst du meine Waffen gegen mich einzusetzen. Du glaubst, ich lasse das einfach zu. Wie gesagt, ich lasse nicht zu, dass du meine Waffen gegen mich einzusetzen. Freeze ist zu klug, um zweimal auf den gleichen Angriff hereinzufallen. Freeze darf mich auf keinen Fall sehen. Es ist zu gefährlich. Ich könnte diese Band ziehen. Ein Sprengverlutzen. Dass meine Frau fort ist, wird der Clown büßen. Oh, ich komm nicht weg. Oh, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, oh nein. Der kalte Tod, Batman. Du bist jetzt in meinem Racken. Oracle, Freeze greift mich an. Ich brauche sofort das Telemetriesignal von seinem Anzug. Kein Problem. Bruce, denk an das, was beim letzten Mal geschah. Lass es nicht auf einen direkten Schlagabtausch ankommen. Er ist zu mächtig. Okay, Daten liegen vor. Weiter, wie weit? Wie ich sehe, versuchst du meinen Waffen gegen mich anzusetzen? Und du glaubst, ich lage das einfach zu. Dieser Raum wird dein Grab sein. Jetzt hab ich dich. Geht's. Die gehen schon was an. 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 Diese Taktik kannst du jetzt vergessen. Die gehen schon was an. 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 Das geschieht kein zweites Mal. Wow, ich muss alles Mucke machen? Der kalte Tod, Batman